hallo ich habe wieder post bekommen von jpc das einmal dieses päckchen hier und da sind zwei blureys drin und dann packe ich das mal aus und zeige euch was ich bestellt habe das ist schon gut aus den lieferschein denke ich erst das zweite und die verpackung so ja sehr gut okay ich habe einen seltener film mir schicken lassen von der pc sind immer tschechers steht darauf hat das veröffentlicht mit lewis collins und klaus kinski kommando leopard das ist einmal diese bürger hier ja hat schon trailer gesehen und ist das ansprechende trailer genau und dann habe ich noch ein wester mischen lassen wo andrew mclacklin regie geführt hatte wo charlton heston und jim scoblin mit gespielt hatten der letzte der harten männer genau das ist einmal diese blu-ray und er hier auf respekt muss ich unterschreiben weil dieser film ist das fsk ab 18 jahre genau diese waren für mir der letzte der harten männer und kommando leopard ja jetzt habe ich wieder an gestern gucken und das nächste mal irgendwo was bestellen werde ich welche von ende ende september halt ne und ja das war schon mit diesen kurzen unboxing und dann würde ich sagen bis zum nächsten mal